Bei minus 10 Grad Außentemperatur, die in jener verhängnisvollen Nacht in Vorder-Weißenbach gemessen worden sind, könne man die Überlebenszeit in Minuten höchstens in einer Stunde berechnen, wenn sich ein nur leicht bekleidetes Kleinkind ins Freie begibt, während die Eltern bei Nachbarn feiern. Und dann hat auch noch das Babyfohn im Kinderzimmer nicht angeschlagen. Weltweit wird über den furchtbaren Tod des kleinen Simon im Müllviertel berichtet. Gegenüber RTL meint etwa der Mediziner Christoph Specht, Ein Kleinkind kühlt so schnell aus, das ginge viel schneller als bei Erwachsenen. Natürlich merkt das Kind, dass es kalt ist. In dieser Phase leidet es auch noch daran. Sobald allerdings das Gehirn aussteigt, nicht mehr. Aber bis dahin ist es ein grausames Empfinden. Sätze, die keine Eltern in dieser Situation gerne hören. Aber in diesem Fall stellt sich die Frage, ob sie die Katastrophe nicht hätten verhindern können. Laut OE24-Informationen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei derzeit nicht nur wegen Verletzung der Aufsichtspflicht, sondern auch wegen fahrlässiger Tötung, möglicherweise sogar wegen grob fahrlässiger Tötung. So steht die Frage im Raum, ob das Babyfohn überhaupt funktionstüchtig bzw. richtig eingestellt gewesen ist. Offen ist auch, warum die Haustür nicht versperrt worden ist, als die Eltern zu ihren Nachbarn aufgebrochen sind. Der Vater ist 31, die hochschwangere Mutter 28 Jahre alt. Eine weitere offene Frage ist, warum die beiden, als sie spätnachts nach Hause gekommen sind, nicht zuerst nachgeschaut haben, wie es ihrem Sohn geht und ob er schläft. Möglicherweise ist er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so lange im Freien gewesen, sondern ihn erst um 5 Uhr in der Früh gesucht und erfroren bei der Garage gefunden haben. Für die Eltern gilt natürlich die Unschuldsvermutung.